Ich möchte so weit kommen wie möglich. Wir hatten einen schwierigen Start in die neue Saison der französischen Liga. Jedoch haben wir auch ein Jahr lang gekämpft, um in der Champions League zu spielen. Wir können durch dieses Spiel reifen und an Selbstvertrauen gewinnen. Und ich hoffe, dass wir sehr weit kommen werden. Wir wissen, dass die deutschen Mannschaften immer schwierig sind. Alle Spiele in der Champions League sind eine Herausforderung. Und wir gehen davon aus, dass die deutschen Mannschaften keine leichte Aufgabe sein werden, da sie einen guten und schnellen Fußball spielen.